Guten Abend beim Wetter mit viel Sonne und Temperaturen verbreitet um die 30 Grad verabschiedet sich jetzt langsam der Samstag. Am heißesten heute in Niederösterreich in Huenau an der March mit 37,2 Grad. Aktuell hat es in Amstetten noch 32 Grad. Ja auch heiß in Wien in der Wiener Innenstadt mit 36 Grad, gefolgt von Oberösterreich. Das war der Samstag und am Sonntag geht es mit Gewittern weiter. Aber vorerst ist es noch relativ sonnig, aber im Laufe des Tages ziehen dann vom Westen her Gewitter und Regenschauer herein mit Unwetterpotenzial. Also mit Sturmböen, Hagel und Regenschauer, das ist alles möglich. Am heißesten Morgen wieder im Osten mit bis zu 38 Grad, 11 Grad weniger hat es in Vorarlberg in Bregenz. Aus heutiger Sicht ist der Dienstag der sonnigste und trockenste Tag. Mittwoch und Donnerstag werden voraussichtlich die heißesten Tage. Ja und Regenschauer und Gewitter stehen ab Mittwoch auf dem Wetterprogramm. Ihnen damit noch einen angenehmen Abend.